Oh Gott Autsch Der Käpt'n in der Mitte hat kein Schild mehr Okay Oder? Ne Hat er doch nicht Ah jetzt nicht mehr Ich helf ihn gerade nicht, den dämlichen Hurensohn Er ist fast down Ich glaub ich hab ihn Ich bin tot Wo bist du eigentlich? Ich war in der Mitte die ganze Zeit, aber ich bin down jetzt Ich komme Wow 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 Oh scheiße, scheiße ich hab Besuch Fuck 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 Ganz ungünstige Stelle hier Ah danke Ganz gut Hab glaub ich die Agro gerade? Oh der hat ganz viel coole Muni abge... Nee, schießt immer noch auf eure Seite Ja Raketenwerfer, so will ich das sehen Gott Kann leider seine Beine nicht treffen von hier Jo Ist auf Und der Schuss Bam 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 Scheiße, er steht schon wieder Ja die Etappen werden ja kürzer, weil wir ihm schon so viel runtergehauen haben Müssen ja einfach alle Beine weg Scheiße Oh ich bin down Komm Machst du Ich guck grad mal, dass ich die Agro bekomme Danke Bist Ich steh hier glaub ich ziemlich gut, hier kann da irgendwie nicht so richtig was machen Ja wie bei mir Wenn er, wenn er, wenn er clever ist, dann schießt er richtig, wenn er dumm ist, schießt er gegen die Wand Gerade eben war er clever Nur meine Granate liegt gerade gut Ich meine nicht so Ich fang ihn mal zum Brennen Auf der Seite ist glaub ich kein... doch das Bein hinten rechts ist noch ganz, oder? Ja Hinten rechts ist noch ganz links noch zwei Genau Äh... ja Geiße! Aaaaahhhh Fick Ich versuch rüber zu kommen Ich stand doch hinter der Mauer Ja, sonst streng dich nicht an, sonst mach den down Nee, ich bin auf dem Weg Ich bin da, du läufst aber falsch, glaub ich... ne du läufst richtig Ne, passt schon, passt schon Ich bin da Bitte einmal ablenken, Brina Jojo, komm zu mir Guck her, komm her, du kleines Ding Schieß zu mir Nein, zu mir sollst du gucken Meine Warte Zu mir Okay, die beiden Flugviecher hab ich, also die drohen Ah, diesmal hast du mich aber nicht getroffen Runter Alles klar Jo Jo Das war er Nice one Und wie er jetzt fällt, das können wir noch alles ganz episch aufnehmen Bam Kaputt Und jetzt kommen noch die Gegner rechts So, der hat ja eigentlich gar nichts gedroppt Nee Irgendwie nicht Echt nicht Der droppt nichts Dafür kriegen wir doch unseren Loot am Ende Glaub nicht Ich schau mal kurz, ob hier noch irgendwie Munition rumliegt, dass ich... Äh Was? Was, äh? War noch ein Gegner Ah, ich hab ihn, ich hab ihn War nur ein einzelner Okay Wenn du das sagst War nur ein wenig überrascht, dass da noch einer war Der Eingang sieht sehr vielversprechend aus mit den toten Köpfen und so Der ist mega vielversprechend Mhm Du weißt, wann ungefähr was auf einen zukommt Der gute Ding heißt ja nicht umsonst, der wird's leer Ja Wie Peter Dinklage gerade... ...merkt Da beten sie zu ihrem Gott Noch ist er nicht aktiv Was möchte er? Was möchte er? Was möchte er? Was? Zu handeln Ja Da ist ne Truhe Ja, die merken Können wir danach machen Okay Wo sind noch Viecher? Hey, ich wollte von hinten messern Unten Tja Habt ihr alle? Unten Ne, er geht gerade Alles klar Ist aktiv Hab Agro Ja, ich hab wieder Agro Ah, du Schwein Ich hab hier abhauen hier Ah, du Schwein Ich hab hier abhauen hier Okay, wo ist er? Ich glaub die Gegner werden kommen gleich Ja, es sind schon Drohnen da Wird schon mitgemacht Wo, 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 wo Er hat mich Ich guck ob ich sie bekomm Genau da drin bin ich Jo Okay Ich will wieder deine andere Posi aussuchen Ist mir irgendwie ein bisschen gefährlich Komm, guck her Guck her Guck zu mir Guck mal Ähm Ich würde Indubution erholen Aber Oh Und? Die Position ist nicht so Ich fahr dich, zieh ihn nach rechts Okay Ah Hast du ihn? Jo Kann man eigentlich hinten drauf auch? Ne, nicht wirklich Ne, ja Doppelte Schaden machst du halt einfach vorne Da hinten Na, wenn du triffst vorne da rein Kommen die Gegnerwellen wieder? Oh Gott Runter hier bitte Danke Sehr schön Sehr schön Müssten alle weg sein, oder? Ja Wo ist er jetzt? Jetzt portet er sich Da hinten Ist er über mir? Ne Ne, ne, rechte Seite Ah Shit Wart echt nur, dass er über mir ist Links Halblinks eher Ja Jetzt rechts Ja, ja Habs doch grad gesehen Nein Wollt grad dich zum Brennen bringen Kackding Oh Gott, das Schiff Volle Konzentration hier, ihr merkt es Wir reden kaum ein Wort Ja Tut einfach in Not, weil doch relativ anspruchsvoll das Ne, wir machen ja Anweisungen immerhin Naja, aber ihr gibt's nicht Speed zu erzählen außer ab aufs Oak Guck Immer schön voll aufs Oak Und dann kommen wieder Gegner Ja Gerade Kommen gerade Die Kleinen kommen gerade hoch Irgendwann den Raid machen, was wir vorhaben, wird da auch nicht viel erzählt Das kann ich schon mal versprechen Recht herumgeschrien Ne Genau das will man hören Shit Keine Munition mehr Ja, hier bei den Gegnern fällt glaube ich grad rechtlich was ab links und rechts Ne, ich meinte also heavy Munition So Ah, hab ich hier auch schon gefunden Nein Nein Was, bitte? Achso Ich gucke Ja, geh ein bisschen genau von da hinten Da musst du eigentlich reinkommen Einmal ablenken Jo Danke Oh fuck Hier ist auch noch heavy Munition Ist die nachgeladen? Ne Jetzt Wie macht's denn das Maschinengewehr Björn? Ja, für so Monsterwellen wie eben zum Beispiel unten war das ziemlich geil Wir können hier unmöglich beide stehen, hab ich das Gefühl Ja, ich geh wieder in die Mitte Weil sonst kommen wir zu gar nichts Jo, jo, jo Okay, wo ist er? Da rechts Hinten Oh, da sind auch wieder Gegner mein Oh Gott, hier ist irgendwie so ein Viech über mir Oh fuck, 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 verschießt auf mich Ohhhhhhh Irgendwie donnern die gerade übelst hier rein Oh, von rechts kommen noch welche Ja Einer Einer, den mach ich jetzt eben klar Okay, mein Super ist bereit Sind die Ärzten glaub ich alle down? Ja, ich glaub auch Oh Gott, da rechts oben Ja, rechts oben Hattest du mega viel liegen? Links oben Ja, da können wir uns alle schon mal auf den Mondstrike freuen Wenn wir in einem Bossfight eine halbe Stunde verbringen werden Da gab es auch schon Gruppen, die haben da 40 Minuten da aufgehört Echt? Jo Aber wir werden zu einer Gruppe sein, bitte Das hängt dann davon ab, wie was für Waffen wir bis dahin haben und wie Lack wir ein bisschen haben an einer Stelle von dem Wald Wo ist er? Oh Gott! Über euch Hinter mir Nein Über uns Über uns Ja Okay, wieder links oben Aber es geht dem Ende entgegen, rechts glaub ich Ja, über mir Oha Aber da kann man gut ihnen Granaten anwerfen Wenn er so weit unten ist Ja Wo ist er jetzt? Da Rechts oben Komm noch einmal Das Schiff ist wieder da Wowo Fuck Mach Oh Nein, 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 nein Okay Rechts Seite sind noch Eds Links auch Rechts hab ich, glaub ich Nee, da ist noch einer Okay, zwei sogar noch Oder drei Oh Hat er sich an die herangeschlichen hier gerade Komm, viel hat er nicht mehr Ich glaube er ist weg, oder? Oh, er ist aber nur ein Ticken näher Nee, da ist er Auch die Granaten, die man an einen festnocken kann Das wär jetzt cool Aber er ist nicht down Oh So, einmal runter gehen zu der Kiste Hier bei mir Erstmal hier sein Blut aufheben Die Trophy jobbt immer was Ja Okay Oh Oh, Stärke des Rudels hab ich eine Trophy gekriegt Ja Das ist von unserem Clan Ah, hier ist noch was für mich Geil Schuhe Weil immer so ein bisschen unter Zeitdruck ist hier Ja Echt kies Drei Sekunden sind mehr als ausreichend eigentlich Ja, theoretisch schon Außer du hast so ein größeres Gelände Und kannst überall noch ein bisschen was finden und suchen Nee, aber ich denk ich hab alles Oh Ah Schlecht Schöne, schöne, schöne Instanz Gefällt mir richtig gut Das gefällt mir hier Oh, ja, ich hab...geil, ich hab ne Waffe gekriegt Ein Automatikgewehr und auch ein Helm Okay Sonst noch irgendwelche Stats hier, die wir uns angucken können? Ja Bevor wir weiter drücken und auf den Links zurückkommen Ja, die... also ich mein jetzt hier die richtigen Stats aus der Instanz Aus dem Strike, nicht... Ja, ich bin irgendwie ziemlich führend Außer bei den Assists Gefällt mir Ja Wie gesagt, du staubst halt alles ab, was schon vorher ein bisschen Kleingolz worden ist Ah, so ein Quatsch So ein Quatsch Alles hart erarbeitet So go, ich will meine Sachen anziehen, yay Ich bin schon am Auswählen Ja, ja So, wir starten Äh, hoffentlich in den Turm, ja, gut Nee, ich wollte jetzt auch den Monddirektor nicht Ja, ich hab halt ne Automatikgewehr Oh, ich hab dir dein Scharfschützengewehr, wie geil Nimm das halt doch, wenn das besser ist als deins, dann... Ja, aber eigentlich... Ich hab nichts dagegen lassen zu benutzen Nein, das ist schon richtig Das ist schon richtig, aber eigentlich bin ich gerade mit der Waffenart ziemlich zufrieden Muss ich gestehen Was, bin ich hier fast fertig mit Skillen Das hier die Chaos-Faust hinterlässt Ich glaub, so eine Sphäre war das Das ist auf jeden Fall sehr spaßig, find ich Klar, man redet in der Zeit ein bisschen weniger, weil man wirklich sehr konzentriert ist, aber... Ja Ich glaub, wenn ich dabei noch zusätzlich irgendwie entertainen müsste, würde ich mich zu backen kriegen Das war ja grad für mich schon echt doof, dass ich da irgendwie diese Krits reinkriege Ich weiß gar nicht, kommen die in dem Moment von dem Schiff oder auch vom Gegner? Was jetzt? Das Schiff macht auf jeden Fall Schaden, also schießt auf jeden Fall mal Und schickt einem auch Leute runter Genau, und schickt Leute Ja, dann geh ich mal davon aus, dass das Schiff war, weil solange dieser Block nur da war, war das eigentlich weniger das Problem Aber irgendwas hat da übelst reingehauen Also der Boss selbst macht, also wenn der Boss einmal trifft, dann ist ja auch ziemlich Ende Wobei ich das auch cool finde, dass so eine Art Litergeländer, wo dazwischen noch Spielraum ist, für mich super als Deckung benutztbar ist Ich kann da durchschießen, er kann aber nicht da durch Ganz geil Seid in der Port sich dann überein Ja, das ist dann sehr unvorteilhaft Da kommst du, wenn du Pech hast, so schnell auch nicht mehr weg Jetzt... Ja? Jetzt wird wieder nicht richtig geladen Unglaublich So, ich kann ihn encodieren Ja, ich... Wieder weg Ja, Björn hat irgendwelche Probleme auf jeden Fall am Start Ich weiß nicht, was das ist Mann, 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 Björn Was machst du für Sachen Also fliegen wir jetzt nochmal zum Turm Wir können uns aber mit unserem Feuerteam joinen Oh, Level 9-Items habe ich hier gekriegt Ich bin fast 9, Dennis... bist du schon 9? Ne, noch nicht ganz Naja, du bist ein bisschen vor mir mittlerweile sogar Wie das denn? Ähm... Wahrscheinlich durch deine Queste hin Okay Ich hab ein Hammer-Raketenwerfer schon mal gekriegt, das find ich sehr gut Was können wir denn noch einmal nachgucken? Hat sich hier noch irgendwas getan? Nö Ich könnte beim nächsten Mal wieder mal ein anderes Zeichen nehmen Ja, ich bin gespannt, was hier für eine Brustrüstung rauskommt Hier haben wir auch noch was Stimmt, bei dem einen... Ah, okay, die Brustrüstung kann entweder ungewöhnlich oder sogar selten sein Das heißt, da kann schon mal nichts Weißes mehr rauskommen Achso, stimmt, hey, den Helm hier kann ich ja direkt anziehen Ja, er ist einer Fischminister Ahja Herzlichen Glückwunsch dazu So, jetzt bin ich auch im Turm Wird jetzt zwar nicht bei euch sein, aber... Who cares? So sieht das aus So, erstmal kann ich mir hier zu meiner Glimmer abholen So, und dann entschlüsseln wir Waffe und Brustrüstung Was hab ich denn? Brustrüstung, 47 Verteidigung, 21 Stärke Ja, du kannst mehr Munition für Impulsgewehre tragen Naja, das ist ja nicht ganz so wichtig, aber auf jeden Fall Verteidigung 10 und Stärke 6 dazu, das ist gut Was hab ich hier? Einen Raketenwerfer hab ich bekommen für Level 9 Okay Also ich find mich jetzt schon totschick Hat der Waffentyp nochmal neue Waffen bekommen? Äh, ne, bei mir nicht Also sind nur... Dauert noch... Ja, sind nur graue Sachen Ahja, 30 Minuten noch, okay Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Strike durch Das hat mir unglaublich geholfen gemacht Ich freu mich richtig auf den auf den Mond Auch wenn der scheinbar noch knackiger, oder gerade weil der noch knackiger werden sollte Und der Bosskampf noch länger gehen wird Knackiger ist so ne Sache, das ist einfach vollkommen asozial Ja, dann freu ich mich auf das asoziale Yay, asozial ist voll geil Ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen bei einer nächsten Quest erstmal wieder Das mit dem Strike dauert, aber auch da Ja, schalten auf jeden Fall wieder ein und bis morgen Bis dann Tschüss